Willkommen Freunde zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin es wieder, euer Alex und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Ja Freunde, lang ist es her, dass hier ein Video auf diesem Kanal veröffentlicht wurde. Heute ist es soweit, denn bald stehen auch hier die guten Amazon Prime Days bevor. Und zwar am 11. und 12. Juli 2023 ist es nun wieder soweit. Amazon haut hier richtig gute Deals raus. Ich bin gespannt, was alles dabei ist und werde natürlich mit euch die Deals teilen, wie ihr daran teilnehmen könnt. Um hier keinen guten und profitablen Deal zu verpassen, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten möchte ich euch hier auch alles an die Hand geben, wie ihr euch auf die Amazon Prime Days schon vorab vorbereiten könnt, um keinen guten Deal zu verpassen. Viel Spaß bei diesem Video. Ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst. Ja Freunde, wie bereits angesprochen, die Amazon Prime Days stehen bevor und ich werde für euch natürlich am Start sein und euch hier mit richtig guten Deals versorgen, die ich als profitabel sehe zum Wieder-Weiter-Verkaufen. Und falls du neu dabei bist und dich interessieren genau solche Themen wie das Kaufen und Verkaufen im Internet auf Marktplätzen wie Amazon und Ebay, abonnier unbedingt diesen Kanal, drück auf die Glocke und gib dem Video gerne einen Daumen hoch, um hier den Content nicht mehr weiter zu verpassen, um hier als Community zu wachsen, um gegenseitig sich zu unterstützen. Und lass natürlich auch gerne Kommentare da, falls du Fragen hast und vieles mehr. Ja, ihr seht es hier am 11. und 12. Juli dieses Jahres ist es nun wieder soweit. Amazon Prime Days stehen wieder bevor und ich denke, es wird hier richtig wieder coole Deals geben. Das Ganze beginnt meistens schon um 0 Uhr, bedeutet also am 10. auf den 11. 0 Uhr beginnt das Ganze. Und hier müsst ihr natürlich am Start sein und ihr müsst nicht unbedingt alle Angebote durchgucken und so weiter. Ihr könnt das Ganze auch per Preisalarm für euch einstellen. Besondere Produkte, die ihr unbedingt haben wollt, auch für privat, könnt ihr natürlich hier per Preisalarm über ein gewisses Tool, was ich euch gleich auch zeige, selbstverständlich euch auch alarmieren lassen, um hier den Deal nicht zu verpassen, weil man muss auch dazu sagen, viele Deals sind natürlich nur begrenzt verfügbar. Das bedeutet, wenn ein großer Ansturm auf ein Produkt ist, kann er in wenigen Minuten schon ausverkauft sein. Deshalb seid ihr auf jeden Fall auf der Hut. Ansonsten habt ihr hier auch die Möglichkeit, einfach profitable Deals, die ich als profitabel finde, hier direkt auf euer Smartphone, auf euer Handy zu bekommen, egal ob per WhatsApp oder Telegram. Die ganze Beschreibung dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, wie ihr daran teilnehmen könnt. Das Ganze kostenlos und unverbindlich. Ihr könnt euch jederzeit auch abmelden, um hier keine weiteren Nachrichten mehr zu bekommen. So, ansonsten, wie geht das ab mit Amazon Prime? Die erste Voraussetzung, was ihr braucht, ist natürlich eine Prime-Mitgliedschaft. Eine Prime-Mitgliedschaft bekommt ihr hier bei Amazon. Hier habe ich auch einen Link dazu in die Videobeschreibung gepackt. Normalerweise kostet das Ganze ungefähr 89 Euro pro Jahr. Ihr könnt es aber auch kostenlos bekommen, und zwar für die ersten 30 Tage, um hier einfach an den Amazon Prime Days daran teilnehmen zu können. Das Ganze auch, wie gesagt, hier unten in der Videobeschreibung. Meldet euch an und ihr könnt das Ganze immer jederzeit kündigen. Also, Beschreibungen und AGBs müsst ihr natürlich dazu auch anschauen und euch hier mit vertraut machen. Welche Vorteile habt ihr denn als Prime-Mitglied? Ihr seht es, wir haben hier als Prime-Mitglied sehr viele Vorteile. Wir haben einen schnellen Premium-Versand. Wir können teilweise uns sogar am selben Tag uns Produkte liefern lassen. Wir haben die Möglichkeit, hier Prime-Video anzuschauen, Filme, Serien und so weiter. Prime-Music. Wir haben hier Prime-Reading. Wir haben hier Sachen zum Ausprobieren, falls ihr viel Klamotten bestellt oder so. Ihr braucht es gar nicht erst zu bezahlen. Das Ganze kommt zu euch. Ihr probiert es an. Wenn es euch nicht passt, schickt ihr es weg. Ihr habt gar nichts bezahlt und keine Transaktion durchgeführt. Das Ganze wird auch direkt alles bearbeitet. Wir haben hier exklusive Angebote für Prime-Mitglieder. Wir haben Prime-Games. Wir haben hier die Möglichkeit, auch Games kostenlos tatsächlich teilweise zu nutzen. Und Amazon-Fotos und vieles, vieles mehr. Und nun möchte ich euch jetzt hier zeigen, wie ihr denn hier richtig coole Deals bekommt. Ein spezielles Tool, was ich euch hier schon am Anfang angesprochen habe, was ich sehr gut nutze und permanent immer drauf schaue, ist hier dieses Add-On für euren Browser. Egal ob Firefox oder Chrome. Könnt ihr das Ganze auch hier unten in der Videobeschreibung sehen. Dazu verlinke ich euch auch ein Video, wie ihr das Ganze richtig und effektiv nutzen könnt. Und hier seht ihr die Preise von der Vergangenheit, seitdem das Produkt sogar gelistet ist, wie sich der Preis hier verändert hat. Und anhand dieses Tools kann ich hier sehr gut analysieren, was ihr auch könnt, um hier zu sehen, wie hat sich der Preis für dieses Produkt entwickelt. Und ist es profitabel, das zu kaufen, um wieder weiter zu verkaufen? Ist es ein guter Deal oder nicht? Auch für die ganzen anderen Sachen, die ihr euch vielleicht privat kaufen möchtet, müsst ihr schauen, okay, Prime Days, ist das ein geiles Angebot? Vielleicht ja, aber vielleicht auch nicht. Ihr könnt dann einfach in die Vergangenheit schauen, wie war der Preis denn vorher? Wenn er natürlich immer stetig steigt, dann würde ich natürlich nicht lange warten, aber in der Regel schwankt er, wie ihr seht. Also bei diesem Produkt, was ich hier auch an meine Abonnenten bzw. Teilnehmer verschickt habe, die an den Deals dann dran teilnehmen per WhatsApp und Telegram. Und zwar haben wir hier dieses Produkt, ein Bosch Winkelschleifer, lange Zeit für 44,99 Euro gehabt. Das war hier von Mai bis in den Juni hinein. Und seitdem kostet es 72 Euro. Wir haben hier einen möglichen Reseller-Gewinn gehabt. Ihr könnt hier mal die Differenz einfach ausrechnen. Und ja, mittlerweile ist es bei 72 Euro. Der nächste wäre hier für 86 Euro. Definitiv ein profitabler Deal gewesen. Und ich schaue mal eben, wie viel Gewinn möglich gewesen wäre bei diesem Produkt. Und zwar haben wir hier einen möglichen Reseller-Gewinn von 20 Euro gehabt. Also das lohnt sich definitiv. Auch hier das nächste Produkt, wie ihr sehen könnt, solche Latte Macchiato-Gläser, doppelwandige Gläser im Vierer-Set, 400 Milliliter. Wir schauen auch hier im Keeper nach, wie hat sich der Preis verhalten. Und zwar habe ich das genau zu diesem Preis hier von 11,72 Euro gepostet. Und der Preis hat sich natürlich wieder stabilisiert auf die 30 Euro, die hier permanent immer gewesen sind, stabil. Nun wird, denke ich mal, hier das Ganze nicht so schnell wiederkommen, dieses Angebot. Auch hier war ein möglicher Reseller-Gewinn gewesen von 5 bis 10 Euro für ein Produkt mit einer Investition von 11 Euro. Also definitiv lohnenswert. Ihr könnt hier auch immer mehrere Stückzahlen kaufen. Bei guten Deals ist es tatsächlich manchmal nur drei Stück möglich. Aber wenn ihr mehrere Produkte, mehrere Konten habt, so rum, dann habt ihr auch die Möglichkeit, mehrere Produkte jeweils immer dreimal zu kaufen. Und ja, dann kann man das Ganze dementsprechend hier ausnutzen und gewinnbringend weiter zu verkaufen. Was ihr übrigens habt, ich sehe über das Keeper-Tool direkt eine Verbindung zu Ebay. Und dann öffnet er euch direkt bei Ebay die Seite zu diesem Produkt und ihr könnt direkt sehen, was kostet das Produkt bei Ebay. Okay, kommen wir zum nächsten Produkt, mal eben so ein Bluetooth-Controller, was ihr mit eurem Smartphone verbinden könnt. War hier für 23,63 mal zu haben. Und ich schaue mal auch hier nach. Und zwar möglicher Reseller-Gewinn von 10 bis 20 Euro. Und ja, das war hier nur ein paar Mal möglich. Und der Preis ist natürlich dann extrem nach oben gesprungen, weil viel Nachfrage war. Ja, im Moment sinkte etwas, aber er hat sich hier auch stabil gefangen bei 44,99 Euro, wobei dieser Verkäufer nur noch ein paar Stück hat. Kann auch sein, dass es einer gewesen ist, der hier auch zugeschlagen hat bei den Deals. Der nächste wäre hier für 47,95 Euro und vieles mehr. Ja, auch hier tatsächlich für die Hälfte konnte man das Ganze im Deal kaufen. Dementsprechend auch hier profitabel, sehr gewesen. So, gucken wir das nächste Produkt an. So ein Gamer-Headset, auch hier für 49 Euro. Da ist es. Und zwar für 44,99 Euro, wie es auch hier zu sehen ist, gab es als Dealpreis. Und der nächstmögliche Deal war natürlich hier bei, ja, fast 70 Euro, was er ja jetzt auch kostet. Und hier ein möglicher Reseller-Gewinn von 10 Euro, ja, mit einer Investition von 44 Euro. Ich finde, das ist sehr gut in Verhältnismäßigkeit und dementsprechend auch hier ein sehr guter Deal gewesen. Gucken wir das nächste Mal an, solche, von Schildkröt, solche Roller für die Schuhe, die man anbinden kann. Auch hier, guckt euch das mal an, für 7,49 Euro und jetzt für 28,94 Euro das Ganze zu haben. Nur von einem Anbieter, Amazon selbst. Und dementsprechend ergab es sowas auch nicht. Also, ihr seht es hier, kontinuierlich bei 18 knapp Euro. Und dann kommt mal so ein Ausschlag nach unten, so ein Gap. Und da müsst ihr natürlich zuschlagen, ja. Und genau solche Deals teile ich mit euch über WhatsApp, über Telegram. Und hier könnt ihr dran kostenlos teilnehmen. Gerne unten in der Videobeschreibung nochmal schauen, falls du es verpasst hast. Ja, den Schuh hier von Tommy Hilfiger. Schaut euch das mal zum Beispiel an. Auch ein sehr gutes Produkt. Das sind ja teilweise auch Produkte, die sich sehr gut verkaufen lassen. Worauf müsst ihr achten? Ihr müsst insbesondere darauf achten, hier auf die Bewertungen, auf die Marke. Wenn es eine starke Marke ist, dann könnt ihr das definitiv immer loswerden. Und verkaufen und schnell verkaufen vor allem, ja. Was gab es hier? Wir haben hier das ganze Produkt für 35, nee, sogar günstiger. Wir haben es hier sogar für 26,99 Euro gehabt. Wenn man hier noch einen Rabattcode aktiviert hat, was natürlich jetzt nicht mehr sichtbar ist. Ansonsten seht ihr es hier für 35,99 Euro stand jetzt wieder bei über 50 Euro. Hier bei 57 der nächste Anbieter. Und hier ein profitables Produkt von 20 bis 30 Euro. Auch wenn es Schuhe sind. Ich weiß, problematisches Produkt kann auch mit Größen und so immer Probleme geben. Aber bei diesem Produkt, denke ich mal, hat man nichts falsch gemacht. Und dann kommen wir nochmal zu der Tastatur, die ich hier auch drin habe. Genau. Hier diese Tastatur haben wir hier für 84,99 Euro gehabt. Und zwar April ungefähr. Und Stand jetzt ist sie beim nächsten Verkäufer für knapp 130 Euro erhältlich. Das wäre ein möglicher Resellergewinn von ca. 10 bis 20 Euro. Natürlich, diese Deals kommen sehr, sehr selten vor. Das sind jetzt nur einige Deals, die ich hier gepostet habe mit euch. Und es waren viele, viele mehr. Und zu Prime Days explodiert das Ganze natürlich. Hier haben wir dann eine Riesenauswahl. Hier könnt ihr dann auch einfach entscheiden, nehme ich das, nehme ich das nicht. Und hier könnt ihr das selber mit eurem Keeper-Tool auch bei euch einfach einsehen. Ja, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht. Ihr müsst das natürlich auch für euch kalkulieren. Mit euren ganzen Nebenkosten wie Versand, Gebühr für den Marktplatz und vieles mehr. So müsst ihr dann für euch abwägen, ob das lohnenswert ist oder nicht. Aber in der Regel werde ich auch nur lohnenswerte Produkte hier mit euch teilen. Und dementsprechend hier Gewinnbringend für euch gestalten. Falls dir dieses Video gefallen hat und du mehr davon sehen willst und es noch nicht getan hast, abonnier unbedingt diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Und falls dir das Video auch gefallen hatte, Daumen hoch, freue ich mich immer selbstverständlich. Wir können hier als Community wachsen, um uns gegenseitig zu unterstützen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn du beim Amazon Prime dabei bist und generell hier auf diesem Kanal. Und bis zum nächsten Video. Ciao.